Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legacy of Kain Defains. Wir sind hier bei den Säulen von Nosgott, die das Gleichgewicht halten. Und wir haben mit Ariel gesprochen. Die hat uns erzählt, dass Vorador halt sein Anwesen im schwarzen Walde hat. Die hat uns erzählt, dass Vorador, die das Gleichgewicht hat. So, sind hier noch irgendwo Krieger? Ja, hier unter den Loatblättern, aber die kommen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Kann ich hier holen? Ja. Weißt du? Sienna Attacke. Ist nur noch der Fettsack hier? Tatsache, nur noch er. Okay. 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 Ich hab dich da sehen. Ist er jetzt bald mal tot? So. Aber wir brauchen da hinten für das Tor so ein Artefakt und da muss ich da hinten hin. Weil das find ich nur hier. Da ist es. Alter, jetzt reicht's aber langsam mal hier. Alter, jetzt reicht's. Alter, jetzt reicht's. Es reicht! Alter! Alter! Boah, das war eben echt knapp. So. Da ist das Artefakt. Und ich muss hier noch einen... Diese Säule schien den Prinzipien der Luft verbunden zu sein. Dafür brauche ich den River des Windes. Ja, Raser macht sich so gesagt mit den Elementen vertraut. So. Und jetzt kommen die letzten Laubhaufen. Und zwar die am Tor hier. Oder nicht? Ja, oder nicht? Alter, jetzt reicht's. Die hauen richtig rein, die Söldner hier von Möbius. Also wenn du hier so mit Lebensenergie kämpfen musst, dann ist das schon ein bisschen schwer, das Spiel. So. Ja, das war klar, dass hier wieder so ein Fettsack kommt, ne? Das war's. Ja, das war's. Genau, das war's. Okay. Alter, wo muss ich denn hin? Ah, ich muss dahin, wo Kayn ist. Das war's. Alter. Ja, diese Gegner, die sind hier eigentlich noch harmlos. Es gibt noch weitaus schlimmere Gegner. Nee, ich weiß schon, wie ich da hochkomme. Also, ich muss hier hoch und dann dahin. Dann muss ich irgendwie hier... Ja, keine Ahnung. Ja, das war's. Ah, Junge, Junge, Junge. Kommt noch mehr? Naja, da hinten. Guck mal, bei Dings, äh, bei Raziel ist das nicht. Ja gut, das ist auch 500 Jahre später, ne? Zur Zeit der... Ja gut, bei Kane war es die Zeit der Saraphan. Da sieht man ja auch die Zitadelle, wo Kane ist. So, was soll ich jetzt hier? Hier ist ja nichts. Nee, hier ist ja gar nichts. Ach doch. Hier. Wir müssen uns den River des, äh, Windes holen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal von mir mit diesem Part von Legacy of Kane, Defains. Wir beholen uns dann den River des Windes in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Die Gegner, die waren echt schwer, um hierher zu kommen. Jetzt, ey, ich hab immer gedacht, ich sterb gleich in jedem Moment. Aber dem war ja nicht so. Alles klar, Leute. Lasst ein kurzes Feedback, da eine Bewertung. Kommt auf meinen Kanal und abonniert ihn. Und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dahin. Wiederschauen, reingehauen, euer MC Hartmann. Amen. .